Ja, effektiv. Lützeburg hat sich Hoffnungen gemacht, für neue Betriebe und die Europäische Agence für London und Lützeburg umzugehen. So hat sich Lützeburg mit acht weitere Städte gemeldet, für die europäische Bankenabsicht, die zu London wäre, zu kreieren, und schlussendlich wird sich heute vor Paris durchgesetzt. Auch die Europäische Medikamentenagence, die aktuell zu Londoners, können nicht auf Lützeburg, sondern auf Amsterdam. Bei der Attraktivität von den Betriebe steht Lützeburg einfach besser durch, und das für in allem auf verschiedene Sektoren, wie beispielsweise den Assuranzen. So hat für kurzem die japanische Assurance-Gruppe Sompu International annonciert, für die Europäische Aktivität auf Lützeburg zu verlieren. Sie schließen sich einfach doch mal der anderen Assuranzen an, die nur dem Brexit diese Idee tun, für auf Lützeburg zu kommen. Beispielsweise die zwei amerikanischen Assureuren IEG oder FM Global, oder zwei weitere japanische Assureuren Tokyo Marion an ADEG. Welchen weiteren Sektoren sind da vom Brexit betroffen? Laut der OECD hat der Brexit auf die meisten Länder an der Europäischen Union negative Auswirkungen. Lützeburg wäre ein von den einzigen Ländern, der keine Avantagen aus dem Brexit hat. Du hast von allem den Finanzsektor zu nennen, aber auch den Immobiliensektor profitiert. Du weißt, der letzte Bill-Immu-Index, den zusammen mit PwC Lützeburg abgestaltet ging, hat durch die Stabilität von unserer Ökonomie Immobilieninvestisseuren immer mittags zu Lützeburg investiert oder die Gesellschaft von Lützeburg steuert. Wenn Lützeburg aber weiter weiß, ob Betriebe bei uns sein will, darf man aber auch nicht vergessen, um bei uns Infrastruktur anzupassen. Wenn die richtige Schritte von der Regierung beim Tram oder der Overtür von internationaler Schule geholt gehen, das wird aber auch nicht durchgehen.